So Leute, wo sind wir wieder? Noch ein Helm. Ist aber noch nicht. So. Keine Ahnung, das Spiel ist abgestürzt. Was ist jetzt? Ja, was machst du denn da? Falsch, ich bin hier nicht nachgeschossen. Nein, wir haben keine Chance. Tut mir irgendwie leid, ich mein, der hatte überhaupt keine Chance. Oh, ich spiele Angst. Ich hab irgendwie, äh... Die, ähm... Die, ähm... Stahlrösen hab ich weggeworfen, weil die so schwer ist. Wir sehen uns, haben die, glaub ich, gebrochen gemacht. Oh, ja. Ja! Samol! Samol! Was sieht das Ding nicht auf? Räder. Hallo? So. Okay. Okay. So. 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 Ey, ich hab schon 26 Schlüsse, äh, die Triche verbraucht. Die scheiß Truhe. Was geht da noch runter? Alter! Ah, das ist ... Hallo! Geht doch! Meister, ey, ficken! Rockish Bogen. Bäume auf, da, da, da. Ficken. Lelab. Wicke mehr Ausdauer. Ich will jetzt. Scheiß kann's irgendwie verbessern? Ja. Machen wir das mal. Oh, warum bist du immer so fett? Ich muss jetzt sauviel ablegen. Ich will komplett. Irgendein Scherrisum. 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 Haben wir noch irgendwas? Daaa, warum hab ich das noch? Scherrisum. Ich muss ... 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 Oh mein Gott, ich will das nicht mehr tragen. Oh mein Gott. Was ist das jetzt? Oh man, ich stelle die Wurz hier, manche Wurz, irgendwie ist ein Irgendein Wurz, ach ich kann nicht mehr und da ist irgendwas, irgendeine Waffe ist bestimmt sau schwer. Na, die Orkdinger. Der Stahlhammer, was soll ich damit? Was ist das? Gold, 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 Gold. Ja, das ist jetzt eine langweilige Folge, versucht ein Schloss aufzumachen. Ist da jemand? Hier drüben! Wir haben keine Chance. Ja, ja, ja. Das gehören. Kaiserlicher Bogen. Aber Bogen ist sonst schwarz. Okay. So, ich stelle jetzt ein bisschen wieder runter. So, da war's. Verkaufen das ganze Scheiß. De ganze Scheiß. De, nee da. Sondern de. Die Hochelfen, auch Altmarginal, sind die Bewohner des Summerset, Inseln, einem alten geheimniswohnenden Land. So. Wir düsen von da nach Flusswald. Von Flusswald gehen wir dann nach Weislauf und von Weislauf gehen wir wieder in die Höhle und, ja, fangen unsere Reise wieder an. Oder fort. Fort. Unsere Reise fortsetzen. Go. Wir laden es nicht hier. Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Lasst mal se- Ah. Das war's dann wohl. Ich muss los. Ich hab' es geäußelt. Scheiß. Rewewewurt Traidor. Rewewewurt Traidor. Rewewewurt Traidor. Rewewewurt Traidor. Vielen Dank, ihr und ich. Oh, etwas hiervon. Was da? Los weiß, loka me. Ne des. Ne des. Ja. Oh, einen Óbogen habe ich bekommen können. Ah, ein Óbogen habe ich, glaube ich, haben. Ich hab den an, an und den an. Den kann ich verkaufen. Das ist glaubt nur 2 Hand Axt. 15,20. Und verkaufen. Urgh, verkaufen, 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 verkaufen. Verdrabei. Verkaufen, verkaufen. Verkaufen, verkaufen. Als ich irgendwas ... trinken. Ja. Gott. Oh, Gott. Ja. Ja, okay. Ihr da. Die Dämmerwacht sucht nach Leuten, die gegen die wachsende Vampirgefahr ankämpfen. Seid ihr dabei? Dämmerwacht? Was steht das jetzt? Bedrohung gemeldet. Vampire. Ihr scheint nicht zuzuhören, wie fast alle anderen hier. Habt ihr nicht gehört, dass die Halle der Wachsamkeit von Vampiren zerstört wurde? Sie haben die Bedrohung nie ernst genommen. Und jetzt mussten sie dafür zahlen. Die Wächter jagen hauptsächlich Anhänger der Deedra. Deswegen traf es sie besonders hart, als sie gegen die Vampire vorgegangen sind. Deshalb hat unser Anführer Isran die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen. Wahre und ernsthafte Vampirjäger. Wir sind Vampirjäger. Wir suchen und vernichten diesen Blut. Ah, ihr werdet diesmal gefallen. Geht zur Festung Dämmerwacht, südöstlich von Rifthorn und sprecht mit ihm. Er wird entscheiden, ob ihr das zu... Nein, ich würde gerne den Brief lesen, den mir bei Aldrin ist echt. Äh, Bounty Brief von Jarls Gauß-Falken-Hack. Äh, Lunturi, erlaubt mir, mich vorzustellen. Mein Name ist Gauß und ich habe die Ehre, Jarl des Stratzern-Ariens-Stadt-Valgenring zu sein. Mir aus ganzem Erinnerung von eigenen Großdaten berichtet, wenn ihr euch für das... ...Andelsverfahren interessieren könnt. Nein, wir wollen empfangen doch bitte mit mir, neben die Ehre und neben die Ehre und neben die Ehre und meinen eigenen Fußgaden. Dann kannst du machen, sie werden die zu für mich, weil das schnell ein Kind ist. Dann wollen wir mal ein paar zähle Empfangen für euch, Freie und für euch. Na, Jarl aus dem Feigeren, alles klar. Wenn wir ja die Steppen. Ja, ja, Dämmerwacht beitreten, bla 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 bla. Ich will hier rein. Dämmerwacht hier, Dämmerwacht da, Dämmerwacht, Dämmerwacht, Dämmerwacht. Ich kann schon nicht mehr hören. So. Dämmerwacht, ja, Dämmerwacht hier, Dämmerwacht da. Dämmerwacht, Dämmerwacht, Dämmerwacht. Dämmerwacht, Eisenhelm. Ja, meines erstes weg. Älmerwacht, was muss das schwer sein? Auch uns einbauen. Nix, 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 nix. Ork. Ork-Gesprung. Einen Reschweg. Baule. Jack, Latte. Kann ich alles gekauft werden, oder was? Das ist sonst nicht wahr. Was ist sonst nicht wahr? Ich muss da alles ran, ich habe jetzt keine Zeit dafür. Sonstige Lever Script, Leder Stiefel. Einer kümmere ich. Ben Benfell, Seeltsam Benfell. Lever Script. Lever Script. So, Mädel, ich hab... Ah, bin ich nicht voll. Ähm, brauche ich nicht? Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Vergesst nicht, auch drinnen reinzuschauen, falls ihr es braucht. Und ich brauche einen. Wer ist mit einem Stahlhelm? Habe ich nicht einen? Habe ich den jetzt verkauft? Habe ich den verkauft? Stahl... Helm... Keines Wort. Helm immer noch. Hallo, Stahlhelm? 19. Schöner Rüstung. Schöner Rüstung. Schöner Rüstung. Dann gib mir einen Lederhelm. Also einen Bescheiden. Schöner Rüstung. Das ist auch möglich. So, ha, das ist alles schwerer Rüstung. Was ist das? Noch ein Rüstungsmäher. Ich höre ein Lederhelm. Das ist alles schwerer Rüstung, alles schwerer Rüstung, ein bisschen leichteres Rüstung, aber das sind doch 7 nicht. Das war es auch schon, wir gehen dann. Was machen wir jetzt? Falkenring, der mal macht? Ich will es nicht, ich will es nicht. Aber bis dahin sieht man sich. Ciao, ciao. Ich kann Ihnen alles erklären, aber Sie müssen mir vertrauen, okay? Hören Sie zu, Sie sind in verdammt großer Gefahr. Ach du Scheiße, du hast da was am Kopf. Hier ist ein Steinloch im Kopf. Hier ist ein Steinwurm im Kopf. Lass. Es geht raus. Boah und da, das in Ordnung ist es, ist es nicht einstein Sieger.